So, Freunde, 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 wir sind hier beim Fuglerkampf. Ganz einfach hier, zack, überspringen das Ganze, ne? Und das ist vom Kotzen der Typ, dem ist ganz übel geworden, ne? Ja, wirklich einigermaßen übel. Boom, weg mit dem. Der erste Hit ist immer ganz leicht. Ja, der erste Hit ist immer, weil ich je... In der letzten Folge haben wir das Weichland, ist es glaube ich, ne? Forstland. Forstland? Also, soweit die Minute 50 steht, bist du diesen Bosskampf hier? Ich glaube, das ist auch einer von zwei in diesem Land, ne? Also, es ist der erste... Also, es gibt zwei Bosskämpfe. Ja. Oder drei. Ich weiß nicht mehr ganz genau auf eins oder zwei. Aber es ist der einzige Bruder. So was. Also, so sieht's aus. Wenn wir die Pflanze noch mitnehmen, sind es glaube ich drei, ne? Ja, aber die Pflanze war jetzt kein Bosskampf, so. Spielen jetzt erstmal ganz geschmeidig oder weiter, ups. Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze mal in Multifärbung spielen, dann auf einmal Switch. Können wir natürlich auch machen. Schreibt es uns in die Kommentare, spamt uns die Kommentare damit voll. Äh, ja. Lasst ein Like da. Für diesen Pfad. Und ein Lieslike kann ich euch bezeichnen. Definitiv. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwie nach Likes gehen, sondern wir wollen halt, dass es als Bewertungsfunktion genutzt wird. Und nicht als Geldfunktion. Äh, und ja. Wir haben hier den Supermund. Den Multimund. So, dann haben wir hier den geheimen Blumenweltbad. Da oben ist irgendwer, der gerade ein Disco macht. Ja, ich würde sagen, du kriegst die ganze Zeit. Ja, dann. Da müssen wir hin, dann gehen wir mal. Hier importieren wir uns die ganze Zeit dahin. Äh, und ja. Ich würde sagen, dann nochmal. Was jetzt entsteht, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus, aber der liebe AJ kennt sich damit aus. Und zwar, allemal, also, was der gut in das Spiel weiß, keine Ahnung. Ich hab das Spiel leider selbst nicht. Nö. Ähm, wenn ihr wollt, dass ihr andere Spieler spielen, oder so, kennt das Ganze, schreibt es uns in die Kommentare. Äh, ja. Ähm. Seid endlich mit uns, äh, wett, lasst, ihr gebt uns nicht ein Like, weil ihr wollt, dass wir irgendwie Geld kriegen, oder so, sondern gebt uns ein Like, weil ihr fühltet, dass unsere Videos gut sind. Weil halt, dass wir Geld kriegen, wir sowieso keine. Ich glaub schon. Nein, aber, ihr recht. Wir machen kein YouTube, damit wir Geld kriegen, sondern wir machen YouTube, weil es halt einfach nur Spaß, weil es, es macht uns einfach Spaß. Ja. Hm. Ja, das ist, woher, die ganze, die, die alles. Und den hast du schon? Das war diese, die Pflanze. Ey, wo müssen wir denn noch mal hin? Da müssen wir doch hin. Wo müssen wir denn noch mal hin? Da mal. Da oben? Ach so, da müssen wir wahrscheinlich, ah. Da ist wieder eins unserer beliebten Secrets. Ne, nicht, das ist gar kein Secret, glaub ich. Ich glaube nicht, dass es ein Secret ist, sondern eher, dass es der normale Weg ist, aber nächstes Mal halt, oh doch, es ist ein Secret. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ach, das ist immer so. Bist du doch ganz lieb, oder? Liebst du das jemanden? Schlagt, weil es will, dass ich jetzt. Hey, Jay, luft deine Face an. Ach, hier sind die Pflanze. Stimmt, so soll das weitergehen. Oh, scheiße, man zählt ja gar nicht so. Da haben wir einen kleinen Panzer. Panzer Eran, weißt du? Genau. Genau, so. Dann müssen wir einen. Dann müssen wir uns jetzt auch nicht über die Gesundheit von Mario runterhalten, sondern warum? Ja, das muss ich jetzt ganz toll machen. Äh, ja, das müssen wir überhaupt nicht über die Rakete, ne? Ne, das müssen wir nicht, das ist nur ein extra Level. Echt? Ja, sowas hier. Aber, es ist halt gut, um Mode zu verdienen. Hier, siehst du das? Schön hier. Und der Spielraum schätze ich, ist das wichtig, oder? Ja, doch, also, man kann es sagen, wie man will, weil Mini-Monde sind natürlich aufwendiger als normale Monde. Aber in jedem extra Level gibt es quasi ein Hauptmond, den man am Ende kriegt, wenn man zum Beispiel das Level geschafft hat. Das ist jetzt bei diesem Level diese Mini-Monde. Und dann gibt es noch, ähm, ein extra Mond quasi, dass man, ähm, ähm, ne, äh, ein Mond quasi, ein Secret-Mond, der dann irgendwo ist. So, gerade mal den Secret-Mond. Der dürfte irgendwo sein, aber hier ist schon mal wieder ein normaler Mond. So, unten sind nämlich Münzen, ja, so muss das laufen, in einem Speed-Run. Und da ist noch einer. So, am Mond haben wir quasi uns gesnackt, holen wir uns aber gleich ab, weil, es gibt natürlich noch ein Secret-Mond, der ist auch ganz wichtig, ja. Ich glaube, ich würde sofort abschließen. Also, Respekt an dem, was der, wie der das durchgeht. Ich hab das Ganze hier dreimal, auch nur einmal im Stream, einmal, äh, im OBS für ihn, und einmal im OBS für ihn, und einmal im OBS für ihn. Wow, Headshot! Nice! So, seht ihr das, Freunde? Das macht es aus, das Ganze. Der Secret-Mond. Ja, genau. Nebelversteckte Nuss. Cool, ey, wir sind stark und holen uns unseren Mond ab, ne? Genau. Ich finde, diese Extra-Level sind schon ganz cool. Das ist ein cooles Feature. Vor allem, dass Nintendo sich auch die Mühe macht, sowas einzuprogrammieren, ne? Ja, sowas einzuprogrammieren, ne? Ist das schon, nicht schlecht. Weil, ein Sondererwende dauert vielleicht, ja, Monat, bis zu bauen. Ja, Monate nicht, das ist schon ziemlich erfahren, ne? Ja, die ganzen Sachen sind ja auch schon vorprogrammiert, dann müssen sie das quasi mal platzieren. Aber auch überhaupt nicht, was? Ja, so ne Welt, die dauert wohl ein paar Monate. Ja, aber dann halt so mal ne Extra-Level auch schon wahrscheinlich überhaupt. Ja, doch, so ne Extra-Level, die dauert auch schon mal so was. Hä, was mach ich? Dein Hans ist ja schon. Äh, du kommst jetzt erst mal weg, Freundchen. Jakob! Ich sieh! Oh mein Gott, mein Freund hat hier was, äh... Solo! Solo! Nice! Geil! Aber ich war noch alle komplett lost. Ja, guck, der letzte Spiel hab mir so mit, äh, Raketen-Level zu holen. Und hat er sich von selbst vor? Ne, ich hab, ich hab dann von fünf, ich hab dann von 20 Metern, äh, mit der, mit der, äh, mit der, äh, grün, mit der, äh, grauen Check, hab ich von drei Metern, den ersten Headshot neuner Headshot, der zweite Headshot war 11er und der letzte war 100er Headshot. Ja, cool. Ja, cool. Kann ich hier rein? Ja, cool. Ja, cool. Hm, ja, ihr wisst wahrscheinlich das ganze hier jetzt alles nicht filmleid. Äh, leider nicht so viel zu schauen. Ja, hoffen aber auch. Aber wenn die das nicht wissen, dann würde ich schon nicht so reißen. Nein, Spaß. Ach, stimmt, das weiß ich ja. Die Dinger, die sind nicht so einfach so da. So, was ist hier dran? Ja, besser ist das, dass hier noch ein Herzchen drin ist. Hm, dann nehmen wir uns hier mal zwei so tolle Blümchen, ne? Oder drei am besten, besser ist das. Ich auch schon mal etwas zurück. Ich auch schon mal. Ja, ich auch schon mal das. Ja, das ist von mir das, von mir ist das. Und wir zockern später auch, wenn wir vorbei sprechen. Ja. Und von mir ist das, von mir ist das, von mir ist das, von mir ist das. Ja. Ich glaube jetzt gehen die Schwitzer auf, oder? Nein, die gehen jetzt online. Die sind jetzt online. Geht jetzt vor einer extra leveli-level. Das lohnt sich mal wieder hier, ne? Ja, hat gerade die Aufnahme ein bisschen gehangen. Wie schätze, das liegt an der Capture-Gart, dass die insofern heiß läuft. Ja, das geht noch. Das geht. Alles gut. Das ist ja mein dritter, ich bin schon ein bisschen, oder? Wenn ihr Angst habt, ist das mal mit dem Kugeln ganz ein bisschen. Nein. Die Kugeln ganz ein bisschen. Ich hab da jetzt einfach mal einen Ventilator noch gelegt, ganz chillig. Ganz chillig. Richtig chillig. Ja, die kann nicht besser so erledigen, Digga. Oh, die kann man gar nicht so erledigen, oder was? Ja, gut, ich überleg's mir doch noch anders. Digga, ich nehm mich doch noch mal besser. Ich nehm mich besser doch noch mal. Hä, als wenn man die nicht einfach so erledigen kann. Ja, komm, wir können ja für mich einfach Schellen dieses machen. Ja, komm. Ich hab gleich alle fertig. Die Steuerung hier ist echt beschissen. Also, bei den Panzern müssen sie echt mal nachbessern. Das find ich wirklich. Bei den Panzern hätten sie ja nicht nachbessern müssen. Ja, ich hab das Spiel auch schon mal kurz gespielt. Steuerung an sich ist sehr cool, ja. Hab' ich gar nichts gegen zu sagen, aber... Ja. So, ihr müsst jetzt ja noch ein Secret Mode sein. Der wird wahrscheinlich in einer Box drin sein. Die Aufnahme geht schon seit der dritten Lange. Ja, nach dem Level beenden wir auch den Partner. Ab 12 Minuten? Ja, das ist schon. Ja. Wir wollen halt, dass wir die Aufnahmen ab und zu einfach mal zu drücken können. Ja, Freunde. Wir beenden das jetzt einfach, ja. Das... Das ist... Das reicht schon, ne? Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ne? Ciao.